Vor langer Zeit hat es einmal einen Mann gegeben. Er ist mit dem Fahrrad in der Nacht umgefahren. Er hat sich verirrt und ist 18 Jahre lang verschwunden geblieben. Niemand hat gewusst, wo er ist und niemand konnte helfen. Einmal in der Nacht schien der Mann zum Hau auf den Flügersee runter, dass er mit einem Silberstrahl ihm den Weg zurückgewiesen hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hör sie auf meinen Kopf. Ich hör sie auf meinen Kopf. Untertitelung des ZDF, 2020